So, 7. Mai 2020, Paterjahr. Jetzt kauf ich die Freundinnen Schuhe lang zur Arbeit und ich kauf mir zwei Bier in der Sol Post Office. So, 7. Mai 2020, Paterjahr. Jetzt kauf ich die Freundin Schuhe lang. Ah, war nicht schon was los? Ja, war nicht schon. Das ist die Lampedinstrauss. Ach, war nicht. Hń butches. Anschein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020